so herzlich willkommen beim zweiten Versuch der Koop-Mission Exfiltration ich bin der Egon ich bin doch Fritz Hallo Fritz Autsch echt? Ja so jetzt wissen wir ja also wie es gehen sollte jetzt versuchen wir es mal auf dem langsam leisen Weg ich lass mich mal vor oh nimmst du den liegen? äh ich seh nur den rechten den seh ich auch aber ich kann doch den liegen denn ist egal ja bei 3 ja 1,2,3 ein Schuss reicht Kollege auf Kopf sicher sicher meine Güte noch nie was bei? im Schuttgang der kommt wieder Achtung da stehen zu mir hier siehst du den rechten? ja ich mach jetzt mal einen Schuss auf den Kopf ja 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 reicht 1,2,3 siehst du? zum Kopf fällt ja gar nix aus aber echt haben die nen Helm auf? sie haben sogar nen Helm auf was sollen das? sind ja was in der Waschmaschine drin mhm scht 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 wieder Überwachung ach fällt doch gar nicht auf ein Schuss reicht scht da komm geh mal vor ist aber sehr elegant durch die Türchen da oben ne guck guck hab ich auch noch nicht gesehen ha 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 oh schön scheiße äh ja naja ne haben wir uns ja lange geschafft ha ha oh sorry das war ich ja ja kein Problem von hinten gehts immer mal so ja wie du das sagst naja hallo du wir haben doch Granaten ne ach der rennt ich sehe die doch mal die Schock haha so jetzt haben wir alles leer geschossen jetzt gehen wir an den ja drei Tüten sind hier drin wenn man was wäre hm komisch haben sie weiter vor vorhin noch so klein bis hier stehen nicht mehr da so übrigens wir haben keine Granaten nur zur Info hat man jetzt was zuerst gemacht nicht so so jetzt zack 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 du wirst ja wirst du wirst du wirst du ja ja blablabla ich glaub wir müssen jetzt das Gebiet räumen schon wieder dann sind wir nicht den Gunner hier abschießen geht es ach P P P nicht direkt er meckert rum sagen wir mal so na gut oh schaust du mir beim einsteigen zu schaust du mir beim einsteigen zu schaust du mir beim einsteigen zu hier ist ja das mit einsteigen ach ja ja gern mach ich gut so so clear the road dann weh nachladen hier so schön jetzt in die Ecke jetzt wie sieht man ja schon was ich kann hat sich beschießen lassen dann ouch und tot ha 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 ehrlich ha 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 wir werden natürlich voll rein da muss man hier halt nicht stehen zu werden in mir stolz praktisch erledigt ha 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 naja das ging ja mal sehr schnell ja kommen wir jetzt versuchen rein dann gucken wir mal auf die Statistik kurz Moment 5 7 3 1 1 0 sieht doch schon mal gut aus für den Anfang wir können doch gern nach einem Versuch machen ich meine das war jetzt nicht so lang oder ne komm wir hören auf wir hören auf ich mag nicht mehr wir spielen in der Woche weiter genau wir haben es jetzt um äh ganz spät 19.15 zurück ist schon dunkel draußen ja wir spielen im Winter und ha 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 bis zum nächsten der Fee und tschau tschüss